Ja, dass man sich immer verbessern kann, ist klar. Kommt natürlich auch auf die Rahmenbedingungen darauf an, aber wir waren öfters zusammengesessen und haben natürlich geguckt, was ist umsetzbar. Wir wollten jetzt nicht so lange warten, weil es immer ein Vorteil ist, mit Start der Vorbereitung auch den Großteil des Kaders beieinander zu haben. Das ist uns gelungen. Bei dem einen oder anderen haben wir natürlich eine Absage bekommen. Bei dem einen oder anderen freut es uns, dass sie zu uns gekommen sind. Von daher, ja, es ist wie es ist und wir sind trotzdem sehr zuversichtlich und gehen das gut an.